Wenn ich eine Shelly sehe, ist das Video vorbei. Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge bei mir, Chaos am Dice-In. Heute beende ich das Video, wenn ich eine Shelly sehe. Und zwar, ich bin hier auf meinem zweiten Account, damit wir es ein bisschen leichter tun. Okay, ist eigentlich ein bisschen schwerer. So, mal schauen, ob wir einen guten Teammate finden. Und es ist... Okay, keine Shelly. So, ich habe jetzt Bee gerade gezogen hier und Pam gleichzeitig. Leider habe ich kein Video gemacht. Screenshot habe ich gemacht. Wie gesagt, wenn ich eine Shelly sehe, ist das Video zu Ende. Mal schauen, Leute. Ich bin gespannt. Okay, da ist eine Rosa. Nein, ich bin so schlecht. Okay, das Video ist immer noch nicht vorbei. Es könnte jeden Moment passieren, dass ich eine Shelly sehe. Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Das ist eigentlich egal. Ja, toll. Ja, das war's. Lol! Okay, noch immer nicht. Leute, das Video ist immer noch nicht vorbei. So, 0 habe ich gekriegt. Platz. So, vielleicht kann es ja mal passieren, dass wir in der Lobby eine Shelly treffen. Poco, okay, gut. Poco, bitte ready. Leute, ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Und wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo. Alter, der macht sich nicht mal ready. Bitte einen guten Teammate. Ja, jetzt bitte ready. Nito. Ja, endlich. Okay, Leute. Lasst gerne ein Abo und like das schon mal. Bis jetzt noch keine Shelly gesehen. Als ob hier keine Shellys sind. Bis jetzt noch keine Shellys sind.